Berkeinfeld ist eine Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt. Geografie Gemeindegliederung Die Gemeinde gliedert sich in zwei Ortsteile, Berkeinfeld, Gastat, Nachbargemeinde Nachbargemeinden sind Geldersheim, Schweinfurt, Grafenreinfeld, Rödlein, Weigoldhausen und Werneck. Geschichte Eingemeindungen Am 1. Juli 1971 wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Gastat eingegliedert. Einwohnerentwicklung 30. September 2004 zu 4 30. Juni 2005 zu 4 31. Dezember 2011 zu 5 Politik Gemeinderat Der Gemeinderat hat 20 Mitglieder CSU 9 Sitze Freie Wähler Berkeinfeld, Gastat, 7 Sitze SPD 4 Sitze Interkommunale Allianz Die Gemeinde Berkeinfeld ist Mitglied in der Interkommunalen Allianz Oberes Währental. Kultur und Sehenswürdigkeiten Seit der Renovierung des Zehnthauses im Jahr 1986 gewinnt das kulturelle Leben in der Gemeinde an Bedeutung. Besonders hervorzuheben ist die seit 1996 jährlich nach den Pfingstferien stattfindende Kulturwoche im und um das Zehnthaus. Neben der Gemeinde und der Bibliothek gestalten die zahlreichen Vereine ein vielseitiges Angebot mit Sehenswürdigkeiten Rathaus, Zehnthaus, Maria Schmerzkirche, Kirche St. Michael in Gastat, Baudenkmälerliste der Baudenkmäler in Berkeinfeld, Wirtschaft und Infrastruktur, Verkehr. Die Gemeinde liegt an der überregionalen Entwicklung Sachse-Würzburg-Schweinfurt. Straße A 70 Schweinfurt-Bamberg ca. 9 km zur A 7 Würzburg-Kassel. A 71 mit direktem Anschluss Berg-Rheinfeld. Seit 1901 verbindet eine Mainbrücke die Gemeinde mit Grafen-Rheinfeld. Schiene eigener Gleisanschluss an der Bahnstrecke Bamberg-Würzburg im Industriegebiet am Bahnhof. Wasser direkt am Main-Nächster Hafen in Schweinfurt. ÖPNV Berkeinfeld ist an das Busliniennetz der Stadtwerke Schweinfurt und des OVF angeschlossen. Punkt. Öffentliche Einrichtungen. Volkshochschule Außenstelle, Bibliothek, Mediathek, Bildung 2 Kindergärten, Grund- und Mittelschule, Musikschule, Energie 380, 220, 110 KV Umspannwerk, welches über vier Stromkreise mit der Schaltanlage des Kernkraftwerks Grafen-Rheinfeld verbunden ist. Südlich dieses Umspannwerks steht seit Mitte der 1970er Jahre ein funktionsloser Freileitungsmast auf einem Feld. Punkt. Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Gemeinde Stefan Eusemann, Professor für Textilkunst und Flächendesign.